Jo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es ein Paint Shop Tutorial, das zweite. Es werden auf jeden Fall noch mehr kommen. Und ja, was ich heute mache, ist eine alte Tarnung aus Black Ops 2. Das war eine Tarnung, die man sich kaufen konnte. Die hieß Aqua Tarnung und die war richtig geil, wie ich fande. Habe ich mir auch gegönnt zu den Zeiten. Genau, und die mache ich heute zum Glück auch kostenlos in Black Ops 3. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann gebt doch dem Video einen Daumen hoch. Und schreibt in die Kommentare, was ihr euch noch für Tarnungen wünscht. Und ja, ich würde mal sagen, wenn es euch gefällt, wie gesagt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, auch nicht. Und ja, ihr wisst ja, wir haben einen Partner. Instant Gaming gibt sehr billige Key-Case für PC und so. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und viel Spaß beim Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Zuschauen wir uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020